Was tut man eigentlich mit regulären Sprachen? Das haben Sie sich sicherlich auch schon oft gefragt. Wir haben in den letzten Videos uns sehr, sehr viel mit regulären Sprachen beschäftigt, haben viele, viele Darstellungsformen kennengelernt und haben besprochen, wie man diese Darstellungsformen ineinander überführen kann. Wir haben aber fast gar nicht darüber gesprochen, was man denn dann mit solchen Darstellungen tun könnte oder was man vielleicht herausfinden möchte, wenn man so eine Darstellung hat. Und das soll heute das Thema sein. Es geht um Probleme für reguläre Sprachen. Die Probleme selbst, wie wir sehen werden, sind nicht spezifisch für reguläre Sprachen, sondern man könnte das auch für alle anderen Arten von Sprachen sich fragen. Aber die Lösungen, die ich Ihnen zeigen werde, werden viel von dem nutzen, was wir über reguläre Sprachen schon gelernt haben. Mein Name ist Markus Krötzsch. Herzlich willkommen zurück zu dieser kleinen Videoreihe zur formalen Sprachen und Automaten an der TU Dresden. Ja, Probleme. Was für Probleme kennen Sie? Naja, das erste und offensichtlichste Problem, an das man vielleicht denkt, wenn man über Sprachen spricht, ist natürlich das Wortproblem. Also die Frage, ob ein gegebenes Wort in der Sprache, für die ich mich interessiere, liegt oder eben nicht. Und das kann man hier mal ein bisschen formaler aufgeschrieben sehen. Das Wortproblem für eine Sprache L über dem Alphabet Sigma besteht darin, die folgende Funktion zu berechnen. Ja, es geht um eine Funktion. Eingabe der Funktion wird ein beliebiges Wort W über Sigma-Stern sein. Ausgabe sollte Ja sein oder True, wenn W in der Sprache enthalten ist und Nein oder False, wenn W in der Sprache nicht enthalten ist. So einfach ist das Wortproblem definiert. Das heißt, es geht letztlich darum, einen Algorithmus anzugeben, der das löst. Was genau muss der Algorithmus tun? Naja, er muss die Funktion berechnen, so wie sie hier angegeben ist. Das ist eigentlich schon relativ gut spezifiziert. Aber wichtig ist zu erkennen, dass die Sprache L selbst nicht Teil der Eingabe ist. Das heißt also, wir suchen einen Algorithmus, der spezifisch ist für L. Und für eine andere Sprache L' gäbe es dann vielleicht einen ganz anderen Algorithmus. Das heißt, das Wortproblem für eine gegebene Sprache kann durchaus einen ganz besonderen, speziellen Algorithmus verwenden, der nur für diese Sprache verwendet werden kann. Es muss kein Universalalgorithmus sein, der für jede Sprache einer bestimmten Familie, zum Beispiel für jede reguläre Sprache das Problem löst. Und insbesondere ist es für das Wortproblem einer bestimmten Sprache L auch nicht wichtig, wie wir Sprachen darstellen, weil hier gar keine Darstellung von L vorkommt. Also die L muss natürlich irgendwie bekannt sein, wenn eine entsprechende Funktion programmiert werden soll, muss man wissen, was man damit erreichen möchte. Aber dieses Wissen, das kann irgendwie angegeben sein in rein mathematischer Form oder ganz anders, als wir hier mit Grammatiken oder Automaten technisch gearbeitet haben. Der Algorithmus selbst muss jedenfalls keinen Zugriff darauf haben, wie die Sprache definiert ist. Das reicht, wenn er das Richtige tut. Das ist also das Wortproblem für eine konkrete Sprache. Wir können das aber auch für eine bestimmte Darstellungsform von Sprachen verallgemeinern und dann sagen, wir suchen Algorithmen, die ganz allgemein für ganze Typen von Sprachen das Wortproblem lösen. Und das wäre dann in dem Fall nicht ein Problem für eine Sprache in gewisser Weise, sondern das Problem für eine Klasse von Automaten zum Beispiel. Also das Wortproblem für endliche Automaten, die ich hier mit FAs abkürze, Feinheit Automata, über dem Alphabet Sigma besteht darin, die folgende Funktion zu berechnen. Eingabe, ein endlicher Automat M und ein Wort über dem Alphabet Sigma. Ausgabe ja, wenn W in der Sprache dieses Automaten liegt, also wenn der Automat akzeptiert. Nein, wenn W nicht in der Sprache liegt. Hier ist also jetzt das Problem ein anderes. Der Algorithmus muss den Automaten selbst mit als Eingabe akzeptieren und muss in der Lage sein, das zu interpretieren und für beliebige Automaten das Wortproblem lösen. Es ist also ein deutlich schwierigeres Problem. Es erfordert nicht nur, dass wir für eine Sprache das Problem lösen, sondern für alle regulären Sprachen in dem Fall. Es kann außerdem wichtig sein, wie genau der Automat aussieht. Wir wissen ja, es gibt sehr viele Automaten für die gleiche Sprache. Deterministische, nicht-deterministische und auch bei den deterministischen und nicht-deterministischen unterschiedlich große Automaten. Je nachdem, wie dieser Automat aussieht, könnte also die Performance eines solchen Algorithmus ganz unterschiedlich aussehen. Das alles spielt hier eine Rolle, wenn wir mit konkreten Repräsentationen arbeiten. Ein zweites Problem, was man auch ableiten kann für Automaten und was noch ein bisschen einfacher ist, vielleicht nicht ganz so praktisch, aber für die Theorie sehr nützlich, ist das sogenannte Leerheitsproblem. Das Leerheitsproblem, wie der Name sagt, besteht darin, dass man für einen gegebenen Automaten berechnet, ob die Sprache, die der Automat definiert, leer ist oder nicht. Also Ausgabe true, wenn die Sprache leer ist und pause, wenn die Sprache nicht leer ist. Also wenn mindestens ein Wort vom Automaten akzeptiert wird. Und das kann in der Praxis manchmal von Interesse sein, aber es kann auch uns sehr viel nützen, dabei als Hilfsfunktion beim Lösen anderer Probleme zu dienen, wie wir sehen werden. Das sind noch nicht alle Automatenprobleme, die ich Ihnen zeigen will. Hier gibt es noch zwei, die sehr eng miteinander verwandt sind. Das ist das sogenannte Inklusionsproblem und das Äquivalenzproblem. Die Fragen sind auch hier ziemlich einfach. Inklusionsproblem gegeben zwei endliche Automaten, M1 und M2, über dem Alphabet. Ausgabe ja, wenn die Sprache von M1 gänzlich in der Sprache von M2 enthalten ist. Andernfalls nein. Äquivalenzproblem, gleicher Input, zwei Automaten. Ja, wenn die beiden Sprachen gleich sind. Andernfalls nein. Okay. Das also wieder zwei Probleme, wo es für die es auch praktische Anwendungen gibt, Analyseanwendungen, wie wir sehen werden, und die aber nicht ganz einfach zu lösen sind. In vielen Fällen. Die beiden hier stehen auf einer Folie zusammen, weil sie wirklich sehr eng miteinander in Bezug stehen, denn man kann hier ein Problem mithilfe des anderen ausdrücken. Für Äquivalenz ist das am ehesten sichtbar. Wenn zwei Sprachen gleich sind, bedeutet das, dass sie wechselseitig ineinander inkludiert sein müssen. Das heißt, wenn ich einen Algorithmus hätte, der das Inklusionsproblem löst, dann könnte ich den benutzen, um das Äquivalenzproblem zu lösen. Ich müsste nur zwei Aufrufe durchführen und dann wüsste ich die Antwort. Auch das Leerheitsproblem könnte ich mithilfe eines solchen Algorithmus lösen. Ja, die Darstellung hier erinnert uns ja schon an das Äquivalenzproblem. Ja, also m ist die leere Sprache, wenn also sie äquivalent ist oder in dem Fall reicht sogar inkludiert in der Sprache eines Automaten, der nichts akzeptiert. Und so einen Automaten findet man leicht. Also zum Beispiel einen Automaten, der keine Endzustände hat, könnten sie verwenden, um nichts zu akzeptieren. Und dann könnten sie diesen Input hier, diese zwei Automaten für das Inklusionsproblem eingeben und würden erfahren, ob die Sprache leer ist. Das ist keine sehr effiziente Art und Weise, das Inklusionsproblem zu lösen, aber das Leerheitsproblem, pardon, zu lösen. Aber es würde uns zeigen, dass es möglich ist. Solche Bezüge zwischen verschiedenen Problemen nennt man Reduktionen. Und die funktionieren hier besonders gut, weil alle Probleme, über die ich bisher gesprochen habe, das gleiche Ausgabeformat haben. Es gilt immer Ja oder Nein, True oder False. Und das ist im Prinzip der Rückgabewert meiner Funktionen. Sie liefern mir ein Boolean, wenn Sie so wollen. Und deshalb ist es besonders einfach, solche Reduktionen anzugeben, bei denen man nur die Eingabe variiert und dann die Funktion unverändert aufruft und direkt die Ausgabe als Ausgabe des originalen ursprünglichen Problems ansieht. Solche Rechenprobleme in der Informatik, bei denen man ein Boo zurückkriegt, also eine Ja oder Nein-Frage beantwortet wird, die nennt man auch Entscheidungsprobleme. Und die haben eine große Bedeutung in der Analyse von Berechnungen, vor allem weil man sie sehr schön verwenden kann, um die Komplexität zum Beispiel von Algorithmen zu untersuchen. Und was ich also Ihnen bisher gezeigt habe, sind allesamt Entscheidungsprobleme. Jetzt wollen wir ein bisschen konkreter werden. Nachdem ich die Probleme definiert habe, möchte ich auch zeigen, wie sie gelöst werden können und dabei jeweils noch ein bisschen Motivation geben, wo man das vielleicht sinnvoll nutzen könnte oder was durch das Leerheitsproblem zum Beispiel auf dieser Folie sinnvoll ausgedrückt werden könnte. Hier nochmal die Wiederholung. Leerheitsproblem war so definiert. Anwendungsbeispiel könnte die Konsistenzprüfung einer Systemspezifikation sein. Allgemein ist es natürlich so, in praktischen Anwendungen erwartet man normalerweise nicht, dass man mit Automaten oder mit anderweitigen Sprachspezifikationen arbeitet, die die Lehrersprache spezifizieren. Das sollte immer ein Fehler sein. Das ist normalerweise nicht gewünscht. Wenn ich die Lehrersprache will, brauche ich mir nicht so viel Arbeit machen. Dann ist so eine Spezifikation normalerweise unnötig. Das heißt, der Leerheitstest ist vor allem dann sinnvoll, wenn man in der Designphase von solchen Spezifikationen ist und herausfinden möchte, ob das, was man da aufgeschrieben hat, tatsächlich Sinn ergibt oder zumindest eine Art von Fehlererkennung durchführen will auf diesem Ding. Das ist auch dann interessant, wenn die Spezifikation selbst vielleicht berechnet wurde automatisch. Das heißt also nicht bewusst von jemandem so gestaltet wurde, wie sie eben ist, sondern sich ergeben hat aus verschiedenen Berechnungen und Anforderungen, die aus verschiedenen Teilsystemen kamen und man will dann wissen, ist das Gesamtverhalten noch plausibel? Kann das überhaupt eintreten? Jetzt sage ich Verhalten und der Weg dahin würde noch ein paar Schritte mehr verlangen, die ich jetzt hier nicht ausführen werde, weil das keine Vorlesung zum Thema Verifikation und formale Methoden ist. Aber Sie können sich das vielleicht schon denken, dass Abläufe von Programmen, sofern sie sequenziell sind, sich sehr gut darstellen lassen mit Modellen, die so ähnlich sind wie Automaten. Man spricht dort meist von Transitionssystemen und diese Transitionssysteme, diese Automaten, wenn Sie so wollen, können uns ein Modell dafür liefern, welche Schritte ein Programm nacheinander ausführen kann. Und es könnte sein, es gibt mehrere Möglichkeiten, es könnte sein, da gibt es nicht Determinismus, vielleicht abhängig von Dingen, die ich nicht modelliert habe, explizit, vielleicht eine Nutzereingabe, die ich nicht vorhersehen kann. Und abhängig davon kann das Programm verschiedene Wege gehen und verschiedene Pfade beschreiten. Und ich möchte aber sicherstellen, dass in jedem Fall das Programm sich korrekt verhält, also der Spezifikation gehorcht. und das Flugzeug nicht abstürzt, um es mal im praktischen Beispiel zu sagen, ja, worum es da vielleicht gehen könnte. Und nun gut, wenn man also so ein Modell aufbaut für ein komplexes Programm, ein komplexes System, ein Transitionssystem aufstellt, dann ist das natürlich eine extreme Abstraktion. Ja, dann vereinfacht man das Programm sehr. Und ein wichtiger Test wäre jetzt zu sagen, ist das überhaupt, was ich jetzt hier spezifiziert habe, überhaupt plausibel? Oder vielleicht habe ich auch die Spezifikation unabhängig vom Programm erstellt und möchte nur verschiedene Anforderungen an die Durchläufer innerhalb von solchen Systemen stellen. Und auch da muss ich natürlich testen, ist das überhaupt möglich, die Anforderungen alle gleichzeitig zu erfüllen? Gibt es irgendeinen Lauf, der noch realisiert werden kann, der dieser Spezifikation genügt? Okay, und das könnte ein Leerheitstest sein. Gut, wie machen wir also, wie lösen wir das Problem, wenn wir jetzt also solches Leerheitsproblem lösen wollten? Es stellt sich heraus, es ist nicht sehr schwer. Und Sie können vielleicht sich sogar selbst denken, wenn Sie sich vorstellen, wie ein Automat aussieht und wie man erkennen könnte, ob es irgendwie möglich ist, ein Wort zu akzeptieren mit dem Automaten. Alle Wörter durchprobieren wird nicht funktionieren, dafür gibt es so viele, das kann nicht klappen, aber man kann tatsächlich vom Automaten her schon relativ schnell auf das Ergebnis kommen. Und es zeigt sich, dass die Leerheit dadurch dann in polynomieller Zeit entschieden werden kann, also effizient mit wenig Aufwand. Das gilt sowohl für nicht-deterministische als auch für deterministische Automaten. Die Technik ist ganz einfach, wir schauen einfach, ob es einen Weg gibt vom Startzustand aus zu einem Endzustand, beziehungsweise von einem der Startzustände, wenn wir einen nicht-deterministischen Automaten haben. Das heißt, letztlich geht es hier nur um Erreichbarkeit in einem Graphen und das ist ein bekanntes Problem, was gelöst ist. Man kann Tiefensuche oder Breitensuche zum Beispiel machen und auf diese Art mit einer relativ niedrigen algorithmischen Komplexität die Erreichbarkeit bestimmen. Da haben Sie vielleicht auch schon in anderen Vorlesungen ein Beispiel dafür gesehen. Okay, und wenn es also möglich ist, überhaupt von irgendeinem Startzustand zu irgendeinem Endzustand zu kommen, dann wissen wir, dieser Weg, den man da hingenommen hat, der hat auch irgendeine Beschriftung und das ist genau ein Wort, was zum Beispiel in der Sprache liegen müsste. Okay. So haben wir das Leerheitsproblem gelöst. Das war leicht. Inklusion ist das nächste Problem, was ich besprechen werde. Da ist es nicht so leicht, wie wir sehen wollen. Hier nochmal die Erinnerung, wie Inklusion funktioniert hat. Warum könnte man das in der Praxis brauchen? Das ist noch näher an dem Beispiel, das ich gerade genannt hatte für Leerheit. Wenn Sie eben sowas tun, dass Sie zum Beispiel Systemverhalten mit Spezifikationen ausdrücken, die aussehen wie Automaten, um die gültigen Läufe zu kodieren, dann wäre natürlich der nächste praktische Schritt, um damit zu arbeiten, dass Sie den Automaten, der Ihr praktisches System beschreibt, Ihre echte Software, vergleichen mit dem Automaten, der Ihre Spezifikation, Ihr gewünschtes Verhalten beschreibt. Und Sie wollen also sicherstellen, dass jeder Lauf, den die Software in der Praxis durchführen kann, auch ein Lauf ist, der der Spezifikation nach zulässig wäre. Das heißt, Sie wollen sicherstellen, dass die Menge der praktisch realisierbaren Läufe eine Teilmenge ist der zulässigen oder vertretbaren Läufe unter Ihren Anforderungen. Und das ist genau so eine Inklusion. Und tatsächlich in dieser und ähnlicher Form ist das tatsächlich praktisch anwendbar. Also da können Sie wirklich Probleme mit lösen. Und in den formalen Methoden werden viele Automaten-basierte Methoden verwendet, um wirklich Systeme zu beschreiben. Teilweise auch viel komplexere Systeme, auch mit komplexeren Arten von Automaten oder Transitionssystemen. Aber die Grundidee ist an vielen Stellen wieder zu finden. Okay. Wie lösen wir das Inklusionsproblem? Ja, das ist jetzt nicht ganz so offensichtlich. Auch hier ist es wieder unmöglich, alle Wörter durchzutesten, um zu sehen, ob sie in jeder der Sprache enthalten sind, beziehungsweise ob alle Wörter, die in der ersten Sprache sind, auch in der zweiten sind. Da werden wir nicht fertig. Wir müssen also irgendeine andere, blaue Idee finden. Okay. Wie könnte das klappen? Es zeigt sich, dass wir das Problem lösen können, durch Verwendung der Operationen, die wir schon kennengelernt haben, für die Umformung von Automaten. Wenn wir uns nochmal genau überlegen, was hier steht. Die Idee ist, wir wollen diese Inklusion auf das Leerheitsproblem eines Automaten reduzieren. Und wir haben ja gerade gesehen, das Leerheitsproblem an sich ist erstmal leicht zu lösen. Wenn man einen Automaten hat, der einen da interessiert. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Zunächst einmal gebe ich die Definition nochmal an. Die Sprache von M1 ist in der Sprache von M2. Genau dann, wenn für jedes Wort in der ersten Sprache gilt, dass es auch in der zweiten liegt. Das ist klar. Das ist wiederum gleichwertig mit der Aussage, dass es kein Wort in der ersten Sprache gibt, welches nicht in M2 liegt. Also es existiert kein solches Wort. Und Sie sehen schon, wir kommen in Richtung Leerheit. Also kein Gegenbeispiel. Und das können wir jetzt etwas anders aufschreiben und sagen, es gibt kein Wort W, was im Schnitt der ersten Sprache mit dem Komplement der zweiten Sprache sich findet. Und da sind wir schon an der Stelle, wo wir etwas mehr die Operationen sehen. Und Sie sehen schon, wie das jetzt weitergehen kann. Wenn ich so einen Schnitt habe und ein Komplement, dann von Sprachen, die durch Automaten definiert sind, dann kann ich natürlich auch gleich einen Automaten definieren, der diese entsprechende Sprache akzeptiert. Das werden wir machen. Und jedenfalls gut, dass es kein solches Wort gibt, ist natürlich das Gleiche, wie die Aussage, dass die Sprache leer ist. Also das ist die Reduktion von der Sprache. Wir können jetzt, wie ich gerade schon sagte, diese Operationen verkürzen. Das ist jetzt erstmal nur eine andere Schreibweise für das Komplement. Sigma Stern, die Menge aller Wörter abzüglich der Sprache. M2 ist das, was wir als Komplement bezeichnet haben. Und das können wir jetzt in einem Automaten ausdrücken. Also ich kann zunächst mal einen Komplementärautomaten bilden für M2 und dessen Sprache betrachten, anstatt die Sprache des ursprünglichen Automaten zu komplementieren. Da habe ich das gleiche Ergebnis. Und dann habe ich hier einen Schnitt von zwei Sprachen, die durch Automaten gegeben sind. Automat M1 und Komplementärautomat von M2. Und diesen Schnitt kann ich natürlich auch dadurch erhalten, dass ich ein Produkt zwischen diesen beiden Automaten konstruiere. Sie erinnern sich, wir nehmen ein paar davon Zuständen und berechnen die entsprechenden Übergänge. Und dann die Sprache dieses konstruierten Automaten betrachten. Und dann habe ich also wirklich an dieser Stelle die Frage, ist die Sprache dieses Automaten leer? Und da haben wir gerade gesehen, wie wir das lösen können mit einer Breitensuche zum Beispiel über Erreichbarkeit. Also nochmal von Anfang bis Ende. Wie löse ich das Inklusionsproblem? Ich konstruiere mir aus den Eingaben M1 und M2 einen anderen Automaten, den ich durch Komplementierung und Multiplikation erhalte. Und dann löse ich für diesen Automaten das Leerheitsproblem. Und damit bin ich fertig. Also in gewisser Weise sind die Probleme sehr eng verwandt. Aber man kann sich trotzdem natürlich jetzt fragen, ist das immer noch so einfach wie das, was wir gerade beim Leerheitsproblem gesehen haben. Beim Leerheitsproblem haben wir gesagt, polynomieller Algorithmus. Und letztlich haben wir ja hier auch aufs Leerheitsproblem reduziert. Also da wenden wir ja immer noch den gleichen polynomiellen Algorithmus an, nicht wahr? Ja, die Frage, die man sich aber hier stellen muss, ist natürlich, welche, wie groß sind die Inputs jeweils für das Leerheitsproblem? Denn es könnte sein, dass bei der Umformung, die ich hier mache, wenn ich den Automaten konstruiere, die Größe der Eingabe sich doch deutlich erhöht. Und wir sehen, was wir machen müssen, im Prinzip Komplementbildung, Produktautomatenbildung und dann der Leerheitstest. Naja, und Komplementbildung für deterministische Automaten ist ganz einfach. Wir müssen sicherstellen, dass der Automat total ist und dann vertauschen wir einfach die Endzustände und die Nicht-Endzustände. Aber für nicht-deterministische Automaten war das nicht so einfach, denn dort müssen wir zunächst einen deterministischen Automaten bilden und dann komplementieren. Und Sie wissen, deterministischen Automaten bilden, das war Potenzmengenkonstruktion, könnte exponentiell werden. Das heißt, es könnte sein, dass schon dieses Komplement exponentiell groß ist, exponentiell viele Zustände hat. Das Produkt zu konstruieren dann ist nicht so sehr aufwendig, das ist ein polynomieller Algorithmus. Wir betrachten alle Paare von Zuständen, das sind quadratisch viele Zustände. Und der Leerheitstest, haben wir gerade schon gesagt, ist ebenfalls polynomiell. Das heißt, diese Teile sind nicht mehr so schwierig, aber die Komplementbildung könnte eventuell teuer werden. Das heißt, mit dieser Technik, wie ich sie Ihnen gerade gezeigt habe, erhalten wir ein gemischtes Ergebnis, was die Schwierigkeit des Inklusionstests betrifft. Satz, für nicht-deterministische Automaten M1 und M2 kann die Frage, ob die Sprache von M1 inkludiert ist in der Sprache von M2, in exponentieller Zeit entschieden werden. Wenn Sie einfach diese Dinge hintereinander tun, haben Sie einen Algorithmus, der zumindest garantiert nach exponentiell vielen Schritten terminiert. Aber außerdem gilt, die Frage kann in polynomieller Zeit entschieden werden, wenn M2 deterministisch ist. Also das Sonderfall von nicht-deterministischem Automaten, wer hat der deterministische? Und wenn das gegeben ist, ist das Ganze polynomiell. Interessant hier die Asymmetrie. Nicht-deterministisches M1 stört uns überhaupt nicht. Damit können wir leicht umgehen. Das wird nicht schwieriger, der Algorithmus. Aber Nicht-determinismus in M2, in der übergeordneten Sprache, da wird es teuer. Und jetzt könnten Sie natürlich sagen, na gut, okay, war vielleicht nicht der beste Algorithmus. Wir haben das durch diese einfache Reduktion ermittelt. Könnte ja sein, man kann das, sollte das lieber anders machen. Vielleicht ist es keine so gute Idee, so einen exponentiell großen Automaten zu konstruieren. Und das ist eine richtige und gute Herangehensweise. Aber in diesem Fall würden Sie damit wahrscheinlich keinen Erfolg haben. Denn bisher ist es nicht gelungen, einen besseren Algorithmus, einen substanziell besseren Algorithmus zu entdecken, so viel man auch gesucht hat. Und man geht heute davon aus, dass das Problem wahrscheinlich nicht einfacher als so gelöst werden kann. Im Worst Case. Also, wenn ich sage, man geht davon aus, dann heißt das auch gleichzeitig indirekt, man weiß es eigentlich nicht. Also, es ist bisher nicht bewiesen, dass es für den allgemeinen Fall, wo wir nur ein exponentielles Verfahren finden, keinen besseren Algorithmus gibt. Denkbar wäre es. Es konnte keiner dafür einen Beweis finden. Es ist aber naheliegend durch viele, viele Studien, die in diesem Bereich getrieben worden sind, komplexitätstheoretisch, ist das Problem, was wir hier lösen wollen, wie sich herausstellt, P-Space vollständig. Das ist eine Komplexitätsklasse, da lernen wir mal später noch mehr drüber. Und es wäre sehr, sehr überraschend, wenn es uns gelingen würde, ein P-Space vollständiges Problem in polynomialer Zeit zu lösen. Andererseits, wenn es uns gelingen könnte, zu zeigen, dass es nicht geht, wäre es auch eine große Überraschung und ein großer Durchbruch in der Informatik. Ihre Chance zumindest 2020, wenn ich das aufnehme, gilt das noch, Ihre Chance berühmt zu werden. Dann ja, lösen Sie dieses Problem, zeigen Sie, dass man es nicht besser machen kann. Dann bekommen Sie bestimmt einen Turing Award oder sowas. Es heißt trotzdem nicht, nur weil das im allgemeinen Fall nicht weniger als exponentiell lang dauert, dass der Algorithmus, den ich Ihnen angegeben habe, der beste ist. Ob ein Algorithmus gut ist, hängt natürlich nicht nur an seiner Worst-Case-Komplexität, sondern es hängt auch damit zusammen, wie er in praktischen Fällen sich schlägt. Und in diesem Fall gibt es deutlich bessere Verfahren als das, was ich Ihnen gegeben habe. Denn Sie sehen ja schon, mein Verfahren besteht darin, dass Sie immer einen exponentiell großen Automaten konstruieren, selbst dann, wenn das Problem vielleicht irgendwie anders, einfacher gelöst werden könnte. Also mein Algorithmus ist nicht nur Worst-Case-Exponentiell bei einem NFA als Eingabe für M2-Sort, der ist eigentlich Every-Case-Exponentiell. Und das muss nun wirklich nicht sein. Das ist auch nicht das, was Komplexitätstheorie von uns verlangt. Wenn ein Problem komplex ist, heißt das nicht, dass jede konkrete Instanz des Problems auch wirklich viel Arbeit machen muss. Das heißt nur, es gibt solche Instanzen. Okay, gut. Aber fürs Verständnis reicht uns dieser naive, einfache Algorithmus, um zu sehen, wie diese Sachen zusammenhängen. Als nächstes und letztes habe ich noch das Äquivalenzproblem zu besprechen, das ja, wie gesagt, sehr ähnlich ist dem Inklusionsproblem. Da habe ich mal noch ein kleines, etwas anders gelagertes Anwendungsbeispiel, damit Sie nicht denken, das hat alles nur mit Verifikation von Flugzeugsoftware oder Ähnlichem zu tun. Hier Anfrageoptimierung in Graph-Datenbanken. In regulären Ausdrücken sind ein Ausdrucksmittel, das in der Datenanalyse auch eine Rolle spielt. Man kann in Graph-Datenbanken nach Mustern suchen, die einem bestimmten regulären Ausdruck entsprechen zum Beispiel. Und nicht nur da, ja, Sie wissen, Mustersuche hat auch in anderen Anwendungsszenarien eine große Bedeutung. Das heißt also, wir könnten unsere regulären Ausdrücke so verwenden wollen. Bei Graph-Datenbanken ist das, was wir suchen, ein Pfad innerhalb des Graphen. Also, Sie haben irgendwie eine Datenbank, die ein großes Netzwerk mit entsprechenden Kantenbezeichnungen kodiert und Sie suchen jetzt Verbindungen zwischen Elementen. Dabei ist es sinnvoll, wie in Datenbanken allgemein, dass Ergebnisse, die Sie schon mal mit viel Aufwand vielleicht berechnet haben, gecached werden, zwischengespeichert werden, damit die Antwort bei der nächsten gleichen Anfrage schneller gegeben werden kann. Und ein Äquivalenztest wäre dann letztlich die Frage, ob eine schon einmal gecachede Anfrage verwendet werden kann, um eine syntaktisch anders aussehende neue Anfrage zu beantworten. Denn wenn zwei Anfragen äquivalent sind, heißt das in dem Fall nur, dass Sie die gleichen Antworten hätten und das heißt, der Cache für die eine ist der Cache für die andere. Das heißt, das könnte Effizienzgewinne bringen, man könnte dadurch etwas sparen, wenn der Test nicht allzu kompliziert ist natürlich, was leider in dem Fall nicht unbedingt der Fall ist. Okay, aber trotzdem kann so eine Analyse auch für Mustersuchen von praktischem Nutzen sein, indem man versucht, äquivalente, einfachere Formulierungen zu finden für ein gegebenes Suchmuster. Okay, wie lösen wir das Äquivalenzproblem? Naja, ich hatte es im Prinzip ja schon durch die Reduktion vorher genannt. Und die Möglichkeit ist, einfach aufs Inklusionsproblem zu reduzieren. Das heißt, ich löse zwei Inklusionsprobleme in beide Richtungen und damit hätte ich dann das Äquivalenzproblem auch gelöst. Daraus ergibt sich, Satz für NFAs M1 und M2 kann die Frage, ob die Sprachen der beiden Automaten gleich sind, in exponentieller Zeit entschieden werden. Einfach indem Sie diese zwei Einzelfragen beantworten. Und mit dem Algorithmus, den wir schon gesehen haben, auch sogar in polynomialer Zeit entschieden werden. Aber nur dann, wenn beide Automaten deterministisch sind, in diesem Fall. Auch hier ist nicht bekannt, ob man das irgendwie effizienter schaffen könnte, aber auch hier gilt das als unwahrscheinlich. Weil das schon noch vager ist als das, was ich gerade gesagt habe. Also unwahrscheinlich, was heißt schon wahrscheinlich? Überraschungen können immer auftreten. Und insofern muss man sehen, was genau dort noch entdeckt wird in unseren Lebenszeiten, hoffentlich. Okay, das also ein paar grundlegende Probleme für formale Sprachen und ihre speziellen Lösungen für reguläre Sprachen. Habe ich alles abgedeckt? War nicht noch ein Problem wichtig, was wir gar nicht besprochen haben? Ach ja, das Wort Problem. Das kommt im nächsten kurzen Video. Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank.